Schau mal, was von den Revelers gehört. Von den Stadt ist doch die Idee. Erwin! Wir werden beriehen. Erwin! Das klingt seriös. Aber Freunde, das sieht sehr kompliziert aus. Das ist es auch. Und das komplizierteste ist, dass es ganz einfach klingen muss. Veronica, der Lenz ist, da wo die Mädchen sind. Dann kann sie nur noch um Tage handeln. Dann spricht kein Mensch mehr von den Revelers, sondern nur noch von... Agenturkommunik in den Armen ist ein Tag. Wo ist denn die Post? Ein Rundfunktermin. Ja, Moment, da muss ich erst mal nachschauen. Hallo, Warte. Also, das wäre noch zu machen. Warum bleiben wir nicht einfach hier? Mensch, stell doch das mal vor. Endlich wieder frei arbeiten. Frei? Was ist das? Was meinst du, mit welcher Freude Herr Julius Streicher Leute wie mich hier in ein Arbeitslager stecken würde? Arbeitslager? Du leidest von Verfolgungswahn. Du Haute! Von wegen Überregel, ob wir uns trennen sollen. Schluss mit dem weibischen Gedudeln. Was bist du für ein mieses Schwein? Einfach brieflich, die Scheidung einzureichen. Verfolgungswahn? Na komm, sag das noch mal! Verfolgungswahn! Keine Macht der Welt kann mich klingen, in diesem Land noch einmal aufzutreten. Roman, bitte! Hörst du das? Das ist unser Publikum. Komedien-Namonis Ben Becker Heino Ferch Ulrich Nöten Heinrich Schafmeister Max Diedorf Kai Wiesinger sowie Merit Becker Katja Riemann Dana Ravrova Otto Sander Günter Lamprecht und Rolf Hoppe in einem Film von Josef Filsmeier Eine Legende kehrt zurück Komedien-Namonis Komedien-Namonis